Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Nicht nur Vollstromer, Volvo gibt eigenes Ziel für E-Autos auf. Volvo gibt ehrgeizige Elektrifizierungsziele auf. Volvo hat kürzlich bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine ehrgeizigen Ziele für vollelektrische Fahrzeuge e.V. aufgeben wird. Ursprünglich plante der schwedische Automobilhersteller, bis 2030 rund 50 Prozent seiner Verkaufszahlen durch vollelektrische Modelle abzudecken. Neuerdings zeigt sich das Unternehmen jedoch flexibler in seiner Strategie und beabsichtigt, sich nicht ausschließlich auf vollelektrische Antriebe zu konzentrieren. Das Management von Volvo äußerte, dass eine übermäßige Fokussierung auf vollelektrische Autos nicht zwingend die beste Lösung für den globalen Mobilitätsmarkt sei. In den letzten Monaten haben Marktentwicklungen und das veränderte Verbraucherverhalten zu einem Umdenken in der Unternehmensführung geführt. Anstatt sich ausschließlich auf Elektrofahrzeuge zu konzentrieren, möchte Volvo auch Plug-in-Hybride weiterhin fördern und in deren Entwicklung investieren. Diese Strategieänderung wird von Analysten als Reaktion auf die Unsicherheiten in der weltweiten Lieferkette angesehen, die durch geopolitische Spannungen und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie verstärkt wurden. Die Herausforderung, Rohstoffe für Batterien in ausreichenden Mengen und zu fairen Preisen zu erhalten, hat viele Automobilhersteller, einschließlich Volvo, dazu veranlasst, ihre langfristigen Pläne zu überdenken. Zusätzlich betonte die Unternehmensleitung, dass die Verbraucher Vielfalt erwarten. Die Entscheidung, auch Hybrid-Modelle weiterhin in das Produktportfolio aufzunehmen, entspricht den Bedürfnissen der Kunden, die in vielen Regionen der Welt zunehmend auf Hybrid-Technologien gesetzt haben. Volvo sieht sich daher in der Pflicht, dieser Erwartung gerecht zu werden und ein breites Angebot an Fahrzeugen anzubieten. Die neuen Pläne und Strategien deuten darauf hin, dass Volvo die Erreichung von Klimazielen nicht aus den Augen verliert, sondern die Zeitspanne flexibler gestalten möchte. So wolle man sicherstellen, dass sowohl elektrische als auch hybride Fahrzeuge umweltfreundlicher werden, ohne die derzeitigen Herausforderungen des Marktes zu ignorieren. Zusätzlich hat der Autohersteller die Entwicklung von Wasserstofftechnologien ins Visier genommen. Der Fokus könnte künftig nicht nur auf silikonbasierten Batterien liegen. Das Unternehmen erkennt das große Potenzial von Wasserstoff als alternative Antriebstechnologie, insbesondere für Nutzfahrzeuge. Dies könnte eine wesentlich nachhaltigere Option für die Zukunft darstellen, was die Abhängigkeit von seltenen Erden für Batterien betrifft. Volvo glaubt, dass durch den Einsatz von Wasserstoff ein weiterer Fortschritt in der Reduzierung der CO2-Emissionen erzielt werden kann. Die aktuelle Änderung der Strategie wird von verschiedenen Branchenvertretern unterschiedlich wahrgenommen. Einige sehen dies als einen negativen Rückschritt im geplanten Fortschritt des Unternehmens, während andere es als eine kluge Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen bewerten. Klar ist, dass Volvo sich nicht vollständig von seinen ursprünglichen Umweltzielen abwendet. Vielmehr zeigt sich das Unternehmen pragmatisch und reaktionsfähig in der sich schnell verändernden Landschaft der Automobilindustrie. Insgesamt bestätigt die neue Ausrichtung, dass der Automobilmarkt komplex ist und Unternehmen wie Volvo ständig anpassungsfähig sein müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Entscheidung, auch Plug-in-Hybride zu berücksichtigen, könnte in der Praxis zu einer größeren Nachhaltigkeit beitragen und den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Mobilität beschleunigen. Die Entwicklungen bei Volvo spiegeln einen Paradigmenwechsel wider, der in der ganzen Branche zu beobachten ist und könnten den Weg für eine ausgewogenere Herangehensweise an die Zukunft der Mobilität ebnen. Mittwoch, 4. September 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.